Wir erklären den Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg verschont kaum eine Nation. 40 sich bekriegende Staaten und 17 Millionen Todesopfer sind die traurige Bilanz. Doch wie kommt es zu so einer vier Jahre andauernden Tragödie? Der Auslöser ist der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Am 28.06.1914 verüben serbische Unterkundkämpfer ein tödliches Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau. Die ohnehin schon angespannte Situation zwischen den beiden Nationen eskaliert. Die Österreicher sehen sich zu einer Reaktion gezwungen. Um aber gegen Serbien vorzugehen, benötigen sie Hilfe. Diese Rückendeckung bietet das Deutsche Kaiserreich. Kaiser Wilhelm II. sagt Österreich-Ungarn bedingungslose Unterstützung zu. Die Serben wiederum sind sich der Hilfe Russlands im Kriegsfall sicher. Mit einem so starken Verbündeten sehen sie keinen Grund zu einer friedlichen Einigung. Die Österreicher erklären Serbien am 28.06.1914 den Krieg und ziehen so das Deutsche Reich und Russland mit in den Konflikt. Kaiser Wilhelm II. fürchtet zu Recht, dass die Kriegserklärung an Russland auch andere Nationen gegen ihn aufbringen könnte. Deshalb will er Frankreich vorsorglich angreifen und besiegen. So kann es dem Deutschen Reich nicht in den Rücken fallen. Dieser bereits lange geschmiedete Plan geht aber nicht auf. Im Gegenteil. Auf dem Vormarsch nach Frankreich durchqueren die deutschen Truppen das neutrale Belgien, das unter dem Schutze Großbritannien steht. Die Engländer erklären daraufhin den Deutschen den Krieg. Dies zwingt das Deutsche Reich zu einem ermüdenden Stellungskrieg an zwei Fronten. Die Konsequenzen des Angriffs auf Frankreich machen aus einem lokalen Konflikt einen globalen Krieg. Das Deutsche Heer übersteht das Dauerfeuer von beiden Seiten, obwohl das Material knapp und die Soldaten müde werden. Bis zu einem entscheidenden Vorfall. Am 1. Februar 1917 beschließt das Deutsche Reich den unbeschränkten U-Boot-Krieg aufzunehmen. Daraufhin erklären die USA den Deutschen am 3. Februar den Krieg. Ausgeruhte amerikanische Soldaten mit besserer Ausrüstung zwingen das Deutsche Reich in die Knie. Die deutsche Bevölkerung ist kriegsmüde und protestiert. Soldaten streiken und verweigern ihre Befehle. Die Flucht Wilhelms des Zweiten ins holländische Exil bedeutet das Ende der Monarchie. Am 11. November 1918 wird der Waffenstillstand unterzeichnet. Mit weitreichenden Konsequenzen für die Verlierermächte. Bis heute gilt der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und Ursache für weitere weltweite Zerwürfnisse. Die Flucht Wilhelms des Zweiten im Auftrag des ZDF für die 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 ZDF Vielen Dank.